Stocksport ist ein Mannschaftssport und genau das ist der Spirit, der hier wirklich in die Welt hinausgetragen wird. Dieses Mannschaftsgefüge, einer allein kann nichts machen, alle zusammen müssen was machen und genau das spielen diese Athletinnen und Athleten in einer Form und in einer Art und Weise, wo wir wirklich, die mit allen auf die Welt gekommen sind, uns wirklich eine Scheibe abschneiden können. Ich würde gerne Stocksport zu viel machen. Wie lange machst du schon Stocksport? Zehn Jahre lang. Ich habe beim Stockschießen, ich habe sehr gut gespielt und ich habe eine Betreuer, die heißt Marion. Und mir geht es sehr gut.